Uns als Arbeitgeber macht stolz, dass mehr als die Hälfte unserer Leute länger als 10 Jahre bei uns arbeiten. Das zeigt uns, dass die Leute wirklich gerne bei uns sind. Eine gute Firmenkultur ist uns wichtig und das spürt man in allen Abteilungen. Bei uns setzt Platz für die verschiedensten Menschen und wir setzen die Leute dort ein, die ihre Stärken sind. Wir haben ein attraktives Lohnniveau und zusätzlich gibt es bei uns auch eine Gewinnbeteiligung. Dass unsere Mitarbeitenden im Alter besser abgesichert sind, zahlen wir allen zusätzlich höhere Pensionskassenbeiträge. Grossen Wert legen wir auf Weiterbildung und bieten verschiedenste Möglichkeiten an. Von Berufsbildnerinnen bis zum Metzgemeister. Die Hälfte von unserem heutigen Kader haben wir sogar selbst ausgebildet. Für alle Mitarbeitenden gibt es Vergünstigungen bei uns in der Metzgerei und natürlich auch im Ochsen, wenn man schön essen will. Mindestens einmal im Jahr machen wir Team-Events, bei denen alle dabei sind. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig und darum haben wir auch ein Programm zur Unterstützung von Gesundheitsprophylaxen. Offene Lehrstellen und Stellen finden wir bei uns auf der Homepage. Ich freue mich über Ihre Bewerbungen. Wer es dann ins Team geschafft hat, der gehört zur grossen Jentzer-Familie. Ich freue mich über unsere Bewerbungen. Ich freue mich über unsere Bewerbungen. Bis zum nächsten Mal.